Im Kanu-Rennsport geht es nicht ohne Kunststoff. Wir wissen, es ist nicht das Beste für die Umwelt, aber unsere Boote bestehen daraus und ich zum Beispiel habe mein Boot jetzt von einer Olympiasiegerin bekommen, Conny Wasmuth, und wir geben unsere Boote so immer weiter und ich bin glücklich darüber. Bis zum nächsten Mal.